ja mein name ist jörg ich habe das große glück gehabt wo es mir richtig schlecht ging ich konnte mich nicht mehr konzentrieren ich war ja kein power was man von mir normalerweise nicht kennt und ich von mir nicht kenne ich war irgendwann so hin dass ich eigentlich nur noch geschlafen habe und wollte eigentlich gar nichts mehr machen und da habe ich über einen freund die frau christ kennengelernt und mit der habe ich die letzten jahre sehr intensiv an mir mit mir gearbeitet und die hat mich erst mal dazu gebracht dass ich mich mit diesen ganzen themen mit energie mit mir selber mich vernünftig beschäftige und sie hat mich immer wieder so auf den level bekommen dass sie wieder kraft hatte um dementsprechend durchs leben zu kommen und vor einigen monaten hat sie mich mal aufgeklärt über eine ganz neue sache die sie macht und war auch total ja man hat das leuchten in den augen bei ihr gesehen und auch den gesprächen mit ihr geführt habe dass es eine methode gibt die instant change heißt und die methode wollte sie gerne mit mir machen und ja dann war ich total gespannt das okay dann machen wir das habe die testversion kurz gemacht und die kann ich nur empfehlen die sollte bevor man nein sagt ist zu teuer oder würde ich nicht einfach diese testversion einfach mal machen sie mal spüren lassen und für sich entscheiden hey ist mir das geld wert um die methode auch wirklich anzuwenden oder sage ich nicht ich möchte nicht und ich verspreche euch ihr werdet sagen ja ihr macht es ich habe das sofort gesagt weil ich gleich gemerkt habe das ist was für mich ja jetzt habe ich das gemacht und bin nicht überrascht sondern nachdem ich ja die testversion schon mal gespürt habe war ich davon überzeugt dass das auch mir was bringen wird und ja ich fühle mich gut ich habe energie ich habe kraft ich gucke nach vorne und bin ja total happy deswegen kann ich nur für mich sagen das war das beste was mir außer natürlich meine frau die mit der ich jetzt 27 jahr verheiratet bin das beste was mir im hier und jetzt auch passiert ist und vor christlich bedanke mich noch mal recht herzlich dass sie mich auch davon überzeugt haben dass das für mich die richtige methode ist um mit mir zu arbeiten und durch mal den alten scheiß den ich so in mir habe raus zu waschen einmal den knopf den resten knopf zu drücken um dann wieder mit dem was man erlebt hat mit dem neuen also in die zukunft schauen ja zu vereinen und wirklich was nicht gut für eines rauszunehmen und dann noch mal neu durch gestalten ja vielen dank und freue mich dass ich sie kennenlernen durfte und wir werden einfach auch weiter zusammenarbeiten dass es mir immer wieder gut geht bis dann tschüss